Hallo und Willkommen zu einer neunten Folge Rough Survival. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den unnötigen zweiten Stock gebaut. Und, ja, die Plattform ein bisschen vergrößert. Ich glaube sogar den Ofen noch gebaut. Und, ja. Schließen. So, jetzt sollen wir uns, warte mal, ist das wieder so? Nein, hä, was geht denn hier ab mit dem Spiel? Egal. So, jetzt sollen wir einen Metallhammer bauen. Ich vermute mal hier, muss man das mitteilen. Jetzt. Baren. Ah, okay, 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 ich verstehe, verstehe ich. Was hast du fast, Bro? Ihr? Ich würde gerne wieder rausgehen, ja. So. Oh. Ich glaube, ich hau das mal da hin. Brauche ich das eh nicht. So, ich habe mir merkt, man kann sich ein Beine machen. Ich will mal kurz gucken, was man damit machen kann, genau. Ah, okay, ja, ja, okay. Damit könnte ich sogar das kaputt machen. Dieses eine hier, glaube ich, hoffe ich. Ja, geil, ein Barren. Brauche ich mehr Barren als nur einen? Nee, oder? Ja, nee, ich brauche gar nicht mehr als einen. Ja. Oh mein Gott, ich brauche, muss trinken. Trinken, trinken, trinken. Trink's. Nein. Nein. So, trinken. Okay, ist wieder voll. Dann muss ich wohl die Wasserflaschen wieder da reinhauen. Nehmen und die da rein. Ja. Bis dahin. Jetzt mal kurz gucken, habe ich auch Hunger? Schließen. Habe ich denn auch Hunger? Oder meinst du, taunt so und so laut? Habe ich Hunger? Ja. Dann esse ich das jetzt mal. Na, 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 na. Ja, Alter, das geht echt schnell. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Achso, ja, ich wollte den... Den, 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 den Eisenenschläger holen. Äh. Was bringt mir das jetzt? Oh, 20 Volt damit. Jetzt kann ich mir das Beil machen. Ich mach mir jetzt das Beil. Ich mach mir jetzt das Beil. Beil. Auch rein, bro. So. Bitte, bitte, bitte. Lass es kaputt gehen. Mach. Es. Kaputt. Ja, es geht. Yes. Geile Sache. Bergbank platzieren. Es soll ja, ich muss auf Bohnen gehen. Bergtisch. Ich brauch Nägel. Wie kann ich Nägel machen? Nägel. Wie mach ich Nägel? Kann ich Nägel finden? Ja, es ist ein Stein hab ich jetzt bekommen. Wie zum Teufel kann ich Nägel finden? Oh ja, ich hab noch genug. Ich brauch's. Ich brauch's. Ich brauch's. Der tauch ich da rein. Was hau ich? Das hau ich da mal rein. Den reinbaren. Ok, schließen. So, ja. Ähm, was sollte ich denn jetzt machen? Werkbank. Ach ja, dafür bräuchte ich Nägel. Nägel. Oh ja, dafür brauche ich eine Eisenbahn, wow. Lol, man sieht ja hier richtig die Sachen, die da drin liegen. Realistisch, realistisch. Warte mal, man bekommt aus einem Eisenbahn fünf Nägel. Oh mein Gott. Wie viele Nägel brauche ich noch? Fünf, ich brauche noch fünf, oh gut. Dann bräuchte ich noch Holz. So. Ja. Jetzt kann ich endlich hier meinen zweiten Stock hier. So. Was kann man sich denn noch so alles hier bauen? Weihnachtsbaum. Die Säule, heute eine Barrikade, Holzwand, Holztür, Netz für Fang, Metallbarrikade, Metallleiter, Strohhut, Blitzableiter. Ja, wofür brauche ich denn einen Blitzableiter? Und nicht chemisches irgendwas. Ja, im Hintergrund hört ihr wieder meine Schwester. Es tut mir sehr leid. Aber ist ja bestimmt nicht schlimm. Dann nochmal barren. Hau rein. Oh, ich hab was können. Ich hab noch drei Holz. Was kann ich damit einstellen? Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich das da hinwerfen und dann mit der Axt zuschlagen? Na, oh mein Gott, nein. Das ist ja beinahe in die Hose gegangen. Drei. Zwei. Eins. Ja, back du mal weiter mit deinem Backbrot. So. Werktisch. Werktisch. Das sollte ich bauen, ne? Ja. Kunst. Oh, ich hab Kunst geschaffen. Ich hab zwei Nieten. Wofür hab ich Nieten? Was sind Nieten? So. Stelle ich das mal wohin? Da hin? Ah, ne, ne. Ja, da. Was kann ich da dran jetzt machen? Planken behalten. Behandelt. Oder behandeln. Maße, ein Segel, ein Lenkrad und ein Rumpf. Ich kann mir ein Boot bauen. Da komm ich endlich von diesem blöden Fluss runter. Warte mal. Alter, da brauchen wir nicht viel Zeug. Schutz vor Feinden. Oh, es ist die Truhe. Komm her, Truhe. Nein, wo geht's hin? Die Truhe ist in die Truhe. Brä. Ja. Dann... würde ich sagen... Hier, was? Willst du ne Barrikade? Ich brauch Nägel. Genau. Ich brauch noch mehr Nägel. Okay, ich kann nicht mehr Eisen machen. Wof. Ach so, wegen Kohle. Z. Nägel. Ich hab nur ein Eisenbarren. Hey lol. Warum hab ich nur einen Eisenbarren? Warte mal, wie viel brauch ich dafür? Na ja, ich brauch zwei Nägel. Und jetzt halt cache ich mir noch ein bisschen was zusammen hier. Ging. Gut, das war knapp. Ich bin mir eigentlich irgendwie... Ich hab die Angel noch gar nicht benutzt, so wirklich. Oder? Hab ich die Angel überhaupt schon mal öfters benutzt? Nö, oder? Nö, oder? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Okay, ich angel. So, ich bekomm ein Rohr Fisch. Toll. Mach mich glücklich. Ja. Noch ein Rohr Fisch. Glaub, davon werde ich mich jetzt hauptsächlich ernähren. Nein. Ja. Ja. Ja, nein. Was war denn das? Was geht da ab? Gib mir Fischi. Gib mir ein Fischi. Gib mir ein Fischi. Da. Ein Rohr Fisch geworden. Ja, das werde ich jetzt erstmal braten da drauf. Da. Oder... Was, da hab ich nicht? Doch, ich hab... Kann ich das da auch reinlegen? Oder das? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum kann man das nicht? Drei hohen Fischels da rein. Dann noch das. So. Und dann... Oh, ich bin wieder durstig. Erstmal trinken. 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 Oh, ich hab schon eine Wasserflasche. Das dauert echt lange. Oh, noch eine Truhe. Nein. Nein, nein. Oh. Was sollte ich denn jetzt nochmal machen? Mach die Nägel. Nägel. Und jetzt... Ach, ich geh immer aufs Falsche. Hier, diese Hölzer der Backkaden. Wie viel genau? Eine? Zwei. Das hier. Da. So. Ja. Alter, wie viel Holz braucht man dafür, bitte? Tue ich das jetzt erstmal zurück. Warte, wie lange nehme ich denn schon auf? Zwölf Minuten. Okay. Dann würde ich sagen, damit... Ach, nee. Warte, ich muss noch... Ich setz, glaube ich, nochmal das hier. Vorher. Ja, das tue ich jetzt erstmal. Das klatsche ich da hin. Und... Das... Da hin. So, und damit sage ich, ja, Quest abgeschlossen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Unterstützt mich bei meinem Projekt oder bei meinem Projekt YouTuber zu werden. Abonniert mich. Und damit würde ich sagen... Cash und Bye-bye.